Der Euro hat eine beispiellose Talfahrt hinter sich. Noch im Mai vergangenen Jahres stand er bei etwa 1,40 Dollar. Zuletzt war er im Tief bei nur noch 1,04 Dollar. Es war ein wahrer Euro-Crash. Reden wir drüber mit Andreas Glogger, ist Vermögensverwalter und Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Glogger & Rock. Herr Glogger, was waren denn die Gründe für die enorme Abwertung des Euro? Es waren mehrere Gründe. Im Hauptgrund steht natürlich die Staatsschuldenkrise. Das war das zentrale Thema, was den Euro geschwächt hat. Und hinzu kommt jetzt eben noch massiv das Staatsanleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank mit 1,2 Billionen Euro. Das schwächt die Währung. Wer profitiert denn von dieser Entwicklung? Ein Vorteil und das ist ein Konjunktursegen für die exportorientierte Wirtschaft in Europa. Also zum Beispiel die Autohersteller, die ihre Autos weltweit verkaufen. Die haben jetzt den Vorteil, dass die Autos im Rest der Welt, im Dollarraum, 30 bis 40 Prozent billiger zu kaufen sind. Und das merkt man auch an den Absatzzahlen. Gilt das dann auch für die Wirtschaft in beispielsweise Spanien, Italien und Griechenland? Denn das ist ja etwas, was Mario Draghi unbedingt will. Diese Wirtschaft vor allem stärken. Die exportorientierte Wirtschaft in Spanien und Italien gilt das Gleiche. Auch diese profitiert gewaltig. Für den anderen Bereich, der nicht exportorientiert ist, da hat Mario Draghi ja unter anderem die Zinsen so weit gesenkt, um günstige Finanzierungskosten und ähnliches zu bekommen. Im Umkehrschluss müsste das bedeuten, dass im Dollarraum es schwieriger wird für die Wirtschaft, für die Industrie, ordentlich zu wirtschaften, mit ordentlichen Renditen zu arbeiten. Also sprich in Amerika. Warum tun die Amerikaner so wenig gegen diese Euro-Schwäche und damit diese enorme Dollar-Stärke? Naja, Amerika hat sich von seiner Wirtschaftsschwäche eben auch erholt. Die amerikanische Wirtschaft beginnt seit einigen Jahren wieder positiv zu laufen. Das stärkt per se den Dollar einfach. Und es ist klar, dass die amerikanische Wirtschaft, die ist sehr binnenorientiert. Das heißt, es belastet ein hoher Dollar nicht so stark. Die amerikanische Wirtschaft, wie eben umgekehrt im Euro-Raum es uns gut tut. Der Weg zur Parität ist jetzt gar nicht mehr so weit. 1 zu 1 Euro zu Dollar. Es gibt einige Banken, einige Analysten, die sogar einen weiteren Verfall weit unter die Parität befürchten oder vorhersagen. Was glauben Sie? Naja, es kann durchaus noch ein Stückchen weiter nach unten gehen, weil das Anleihenprogramm der EZB läuft ja eben noch. Das belastet einfach den Euro noch. Aber wir glauben schon, dass wir das meiste der Talfahrt gesehen haben. Und man muss im Risikomanagement sehr den Schalter wieder nach oben fahren, weil es könnte ja auch mal wieder in die andere Richtung gehen. Da sind wir uns sicher. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Euro einfach wieder stärker wird. Was heißt denn das jetzt alles für Aktieninvestments, für den Privatanleger? Gibt es da eine Wechselwirkung zwischen der Euro-Dollar-Entwicklung und der Entwicklung am Aktienmarkt? Ja, es heißt natürlich richtig Arbeit anlegen an den Aktieninvestments. So wie amerikanische Aktien in US-Dollar die letzten ein, zwei Jahre auch Währungsseite profitiert haben für den Investor, kann es natürlich in die Umkehrrichtung dann wieder kommen. Ganz konkret heißt es natürlich, dass der Investor nicht nur die Entwicklung der Aktie, sondern parallel dazu auch die Entwicklung der Währung anschauen muss. Herr Glogger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Andreas Glogger, Vermögensverwalter bei Glogger & Rock zur aktuellen Entwicklung bei Euro-Dollar.